Hey Leute, wir spielen heute YouTubers live und wir machen jetzt erstmal einen Charakter. Was das ist, ich glaube, das soll einfach nur das Leben eines YouTubers beschreiben oder einfach ein Spiel sein. Das kostet 15 Euro auf Steam, soweit ich weiß. Ich mache natürlich erstmal hier einen Charakter. Na ja. Machen wir mal so. Ich muss geil aussehen, ja. Richtig gut, woher ich in die Frisur jetzt. Die Braten. Ja, so. Die Zähne machen wir so, weil ich dann schöner aussehe. Ja. Ein Vollbeat, ja. Ein Vollbeat sieht scheiße aus. An mir auf jeden Fall. Kommt so ein richtig geiler Cap, ja. Richtiger Gangster ist das. Oh, pinke Joggi. Äh, Joggi. Nein, das ist eine Jeanshose. Nein, ich ja. Jeanshose. Nike Air an der Stelle. Wenn der nicht styled hat, alter. Boah, weiß ich auch nicht. Ich bin romantisch. Neidisch und dramatisch, das können ich. Habgier. Gaming. Mein Name ist Cloud Player Games. Passt da nicht hin. Machen wir eine typische Abkürzung CPG. Jetzt aber Cloud Player Games. Ja, da passt es. Bedeutet, wenn Wartezeit ist, kann ich nichts dafür, aber da müsst ihr mit klarkommen, denke ich. Ich lese das jetzt nicht vor, oder soll ich das vorlesen? Ich weiß es nicht. Ich lese einfach vor. Ich begann mit meinem ersten Videoaufnahme in diesem Raum. Ich bin gerade mit meiner Mutter hierher gezogen. Ich habe auch nicht so viele Freunde in der Nähe. Schauen wir erst mal die Dinge an, äh, die ersten Dinge mal genauer an. Werbe einen Blick durch das Zimmer, bevor du lernst, die Nummer 1 auf YouTubers live zu werden. Ähm, das ist mir leid, wenn ich ein bisschen hakelig, hakelig lese. Ich bin nicht der beste Leser. Hey. 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 Ich habe mir natürlich schon ein bisschen in das Spiel, habe ich mal kurz reingeguckt, ja. Spiel wehen. Das sind viele Spiele. Empire Planet 2. Da müssen wir machen. Ähm. Äh, äh, äh. Ja. Gameplay. Starte Video. Ich mache einfach keinen Filter rein. Niedrige Auflösung. Fortsetzen. Das heißt, wir wollen jetzt nennen Empire Spiel vielleicht mit und Smith Empire ja Empire Spiel vielleicht mit Smith so natürlich nehme ich da jetzt auf so, da kommt ein lustiger Kommentar putz da kommt eine fröhliche Äußerung natürlich rein das war es dann auch weiter geht's äh Farbe zu ist vielleicht noch wichtig ähm na das war oder das war was war 1 und was war 2 ich habe keine Ahnung ich wollte es einfach so rein ich denke ich wollte es andersherum rein dass das da ist und das da das ist ein roter ich habe keine Ahnung wie wollen wir das machen so das ist kein roter Punkt Render Level up finde ich easy na so dann laden wir das einfach hoch ich bin immer wegen der Zeit die man für das Hochladen eines Videos braucht verärgert aber ich sage dir die Aufrufe Aufrufe und Abo und steht jetzt nicht da ist ein Komma Abonnentenzahl und dein Geld zu verfolgen ist großartig außerdem gibt es immer Kommentare die dir helfen zu sehen ob meine Videos wirklich gut sind ich öffne zu lesen ich muss jeden Monat einen Test schreiben also muss ich lernen wenn ich diesen bestanden habe erhalte ich eine Belohnung aber wenn ich durchgefahren bin da wird meine Mutter mich zermahlen muss ich doch schon mit Dürtel schlagen ich muss eben das habe ich doch jetzt ne schon gelesen einfach die Tür hinausgehen ok wir studieren einfach mal äh so was mit dieser Tür machen studieren ich bin ja mal studieren-mudi ich bin das schon kurz gehalten was hat das kurz mit oben ist irgendwas ja Kalender über Handy schauen dann kann ich gucken wann ich den Test schreibe ja es gibt Online-Bestellung Einkaufen die Mutter macht auch nur sauber was brauche ich denn jetzt Amazing On alle Heimbelüge 2 ok das hört sich doch wunderbar an ist das Tetris Leech of Giants das will ich auswählen so habe ich das jetzt bestellt oder so nicht nur kaufen so dann gehen wir da weg äh er wusste schon wie das geht mit den Grundlagen geschlossen jemand hier zu werden kann kann ihn stoppen oder schon das Parkett ist da äh war nicht gott das achso ja ich will mal ein Spiel wählen wir laden das hier hoch ja das ist komplett Gameplay ja ich glaube wir haben sowieso nichts gemacht fortsetzen Leech of Legends natürlich nein was ähm wir nennen es jetzt Legenden auf Shakira und den Bananen tanzenden Affen es gibt keinen Sinn klicken bestimmt Leute drauf lustiger Kommentar gedreckt dann ein eine fröhliche Äußerung da bin ich immer für da so das schneiden wir dann natürlich zusammen wie ich es auch immer mache da ist immer so eine rote Beine warum ist das da rot warum ist da jetzt rot mich doch am Po äh nein Titel wählen weicher Fokus machen wir mal rein das Rendern holen wir raus mit ja sogar eine Facecam oder so hätte ich jetzt nicht gedacht hochladen get rect easy Legend auf Shakira und wenn wir mal pennen gehen das kann der Hintergrund laden das macht an dem Modeler eigentlich ganz selbst Tachchen ich werde doch ich meine Mann äh was ist das denn überhaupt ne Karte ich habe das jetzt mal durchgeskippt ich glaube wir lernen jetzt mal lieber sonst schlägt nicht meine Mutter noch wir studieren Tschüss Mutter da kommen wir spät abends wieder aber hey wir gehen erst mal einkaufen auf das hier auf das hier genau 0 Euro PC ist klar ich glaube es ist doch nicht ganz so gut hier aber trotzdem will ich weiter einkaufen 200 andere noch PC World Schöne neue Tests dazu ich muss mal arbeiten gehen für ein bisschen mehr Geld hier YouTube Money reicht noch nicht na dann gehen wir natürlich für ein paar Sekunden ich meine erst mal 6 arbeiten was ist das für ein Mongo in meinem Haus bin ich das äh äh könntest du ein bisschen weg gehen hier kommt schon mal ich kann nicht nur auf mein Handy gucken da äh defrag es sieht so komisch aus weg hier bleibt zwei Rechte ist gedreht öffne 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 vor allem haben wir schon so viele Abonnenten ist das nicht das Nervis er jetzt mir geschickt hat ja das nehme ich einfach auf so Gameplay so Gameplay wer kriegt das noch ein halbes Cosmos oder was machen wir jetzt Lady Lady Digga was kann man doch nicht machen ich weiß schon wenn man das ist noch auf Facebook Face Cam oder Webcam das hier noch könnte ich weiß irgendwie so ein Zusammenspiel machen ich hab keine Ahnung ich mach das einfach nur so weil das so schön klingt ich muss das gut zusammenschneiden aber das kann man nicht gut zusammenschneiden Titel wählen Farbe zuordnen Farbe zuordnen nur das Level her so geht das hochladen hochladen was hat der denn jetzt für Probleme Schlaf ja ich ja du kannst auch schlafen gehen dann stehst du jetzt aber auf und studierst dann stehst du jetzt aber auf und studierst hat sich die Tür schon vorher geöffnet ich bin mir da nicht ganz sicher ich bin mir da nicht ganz sicher aber hey ein paar besonderen Gebot von manchen Konsolen also gehe ich noch arbeiten hier ich bin hungrig ja dann bist du halt hungrig ich bin hungrig ja dann bist du halt hungrig schönes Haus hier so schönes Haus hier so Pflege braucht keinen YouTuber natürlich hier das war nur Spaß Spaß so dann gehen wir mal hier auf Termine gehen wo neu Ticket kaufen ich bin nicht ganz vorbereitet auf die Prüfung also haben wir schon ein Problem dann gehen wir hier mal auf rüsten und einfach nur neue Tastatur also ich soll es vielleicht auch kaufen gehen helfen bitte schlag mich nicht nicht unterschliegt mich ja schon fast ey was ist los mit der ich nehme jetzt aber ich gebe mir ein Video auf es juckt mich nicht oder mh davon mache ich nochmal ein Video ja Jolo ich mache hiervon dann ja komm Jolo die Kaserne von Gronx von ungespielt ungespielt ungeheuern gefunden Winkende Begrüßung hey ein singender Kommentar und als allerletztes eine fröhliche Äußerung weiter Twitter will den Pfad zu ordnen das ist der Anfang oh das sieht doch ganz nass aus Klatsch 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 Alter Videobearbeitung geht ja ab so das nehmen wir nicht hoch halten ok so Leute das war's denn mit der ersten Folge danke fürs zugucken bis dann oder bis zur nächsten Folge die ich jetzt auch noch direkt aufnehmen werde tschüss